Ja, hallo Tuvik. Ein Video zum Thema Tuvik und das Thema der Vergewaltigung. Also Tuvik, ich erkläre dir das mal. Du denkst wahrscheinlich, wie kann er noch normal so reden und weiter so normal reden. Das ist genau der Unterschied zwischen einem Christ und einem Muslim. Du denkst dir wahrscheinlich, dass der Angel ist ja voller Harmlose geworden. Nein, das ist einfach nur, was der Unterschied ist. Du guck mal, was du alles machst, was du mir alles vorwirst, was du alles erzählst. Und ich bleibe noch ruhig. Das ist, was ich dir erzähle. Das ist, was Jesus Christus mit uns macht. Der heilt uns. Ich bin nicht mehr so wie früher. Das stimmt. Aber wenn es sein muss, dann werde ich das. Und du übertreibst, mein lieber Freund. Also, ich erkläre dir das jetzt mal. Die Vergewaltigung in Mainz, ja, ich war schuld. Ich war mitschuld. Das habe ich auch erzählt und auch gesagt. Das ist wahrscheinlich, warum die Leute vielleicht da irgendwas erzählen. Und vielleicht kann es das sein. Aber weißt du, warum ich mitschuld war? Ich erkläre dir, warum. Ich, ja, ich, Armut Baba und C.B., ja, Chris B., du weißt, wenn ich meine. Wir waren ja damals die Gruppe Säck, ne, so. Und wir waren viel in Mainz unterwegs und haben viel Mist gebaut, wo wir jung waren. Das stimmt, ja. Aber wir haben alle Menschen dort, gerade Frauen, ja, anständig behandelt. Sehr anständig behandelt, ja. Der Armut hat eine Freundin gehabt, ja. Und damit du mal siehst, wie loyal ich bin und eben nicht so ein Dreckschwein, was du mir vorwirst. Und das weiß der Armut bis heute, weiß der das noch nicht, ja. Wie loyal ich zu Leuten bin, ja. Der war im Urlaub. So, und dann bin ich mit Mimon da runtergefahren. Haben wir Mimon dann mal mitgenommen, ja. Und dann war ich mit Chris da, so. Und die Ex-Freundin, die Ex-Freundin von Armut, die war total geil auf mich. Die hat mich genommen, hat mich auf den Boden geschmissen, ja. Und ich war ja ein bisschen älter als Armut und Chris, ja. Und habe gesagt, nee, 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 hör mal auf und dies und das und das, ja. So, und die wollte unbedingt mit mir schlafen. Die hat mich auf den Boden geschmissen und hin und da und habe gesagt, du bist die Freundin von meinem Freund, das geht nicht, ja, hör auf. Und dann musste ich mir jahrelang sogar anhören, ja, und dass die dachten, ich bin homosexuell, ja. Weil ich so loyal bin, dass ich das nicht gemacht habe, hat die gedacht, ich wäre ein Homo, ja. Weil es ja normalerweise nicht normal ist, dass eine Frau, die sagt, fick mich und du sie nicht fickst, ja. Das ist ja normalerweise nicht normal, dass ein Mann sagt, nein, ja. So, das weiß er bis heute nicht. Das habe ich ihm bis heute nicht erzählt, ja. Weil der wäre ausgerastet, ja. Und weil ich wusste, das wird eh nicht lange halten, weil es viel zu weit weg ist, Fernbeziehung. Er sagt, das Risiko brauche ich nicht einzugehen, ihm zu sagen, was er da für eine Freundin hat. Das war eigentlich mehr so eine Spaßbeziehung, ja. So, so ist das alles passiert mit dem Thema mit den Mädels, die wir dann kennengelernt haben. Dann haben wir die Nadine kennengelernt, ja. So. Und der Chris-Boss hat einmal zu mir gesagt, ah, ich habe schon lange keine Freundin mehr, Angel, kannst du nicht mal eine Freundin klar machen? Und du weißt ja, dass ich immer derjenige war, der die Freundin für jeden klar gemacht hat, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Ja, jetzt oder was? Ja, natürlich, wenn du willst, jetzt. Und dann habe ich die Nadine angerufen, hier will es aus, ich habe einen netten Jungen. Ja, du bist Solo, echt Solo, wollt ihr euch mal kennenlernen? So. Und dann sind wir zu der Nadine nach Hause gefahren. Wir waren vorher schon bei der Nadine nach Hause. Er kannte sie schon von vorher, ja. Und dann habe ich gesagt, probier es doch mal mit der Nadine. Und dann waren wir bei der Nadine zu Hause, ja. Und ich habe immer bei der Mutter geschlafen. Ich kenne sogar die Mutter, du Elender Bastard. Ich kenne sogar die Mutter. Ich bin der Freund von ihrer Mutter, du Elender Bastard, ja. Und ich habe bei der Mutter gepennt und der Chris hat bei ihr gepennt, weil ich ja ein bisschen älter war. Ich habe halt eben, ja, der Chris war ein paar Jahre jünger als ich. Sie war ein bisschen jünger als er. Die war eh nicht mein Fall, die war viel zu jung für mich, ja. Und ich war mit der Mutter und er war mit der Tochter, ja. Und er hat bei ihr im Zimmer geschlafen und ich war mit der Mutter, ja. Okay, ich kenne deren Familie, du Elender Bastard. Warum bin ich mitschuld? Das werde ich dir gerne erklären. Der Adil, ja, dein Landsmann Marokkaner, der wollte unbedingt mal mitkommen nach Mainz, ja. Das ist, ich bin mitschuld. Und das werde ich mir, und ich muss jedes Jahr, ja, nicht jeden Tag, Gott sei Dank heute nicht mehr jeden Tag, aber ich habe mir das so vorgeworfen, ja, dass wir den damals mitgenommen haben, ja. Ich habe eigentlich keine Schuld. Wir haben den mitgenommen und wir haben den halt eben mitgenommen. Sonst wären wir ja alle mitschuld. Wir wären ja dann alle schuld, die wir ihn mitgenommen haben, ja. Dann hat er die Nadine kennengelernt. Dann hat er hinterrücks, wir wussten überhaupt nichts. Wir wussten gar nichts davon, ja. Wir wussten absolut gar nichts. Hat hinterrücks von uns, ist er einfach alleine nach Mainz gefahren, hat sich mit der Nadine getroffen, hat ihn im Feld genommen und hat sie vergewaltigt, du Elender Bastard, ja. Und ich habe ihn sogar gejagt. Ich habe ihn gejagt und wir wollten ihn platt machen. Du weißt, was platt machen heißt in Frankfurt, nicht wahr? Ja, so. Tufik, du betreibst langsam, oberst übertrieben, ich werde deinen Vater, ich werde deine Familie kontaktieren und deinen Bruder, ja. Und werde denen erzählen, was du machst. Und werde denen sagen, dass du das und das alles machst, weil ich den Islam kritisiere. Dann werden sie dir wahrscheinlich, werden sie wahrscheinlich noch sagen, ja, okay, ja. Kann ich verstehen, dass er so abgeht, ist ja bei euch Moslems so. Aber du machst Rufmord und übertreibst, ja. Und dann werde ich deinen Bruder kontaktieren, wenn ich irgendwie seine Nummer bekomme oder was weiß ich, und mit dem reden, ja. Dass er weiß, was du machst, ja. Und deine Eltern auch. Und dass sie dafür sorgen, dass du gesund bleibst. Weil du gehst entsprechend zu weit, mein Freund, ja. Ich habe hier eigentlich allen recht. Und wenn der Christ das erfährt, wenn du, wenn der Christ das erfährt, du weißt, dass wir damals, ja, dick und dünne Freunde waren, ja. Ich habe dir mal sogar fast das Leben gerettet, ja. Der ist in die S-Bahn reingefallen, in den Ritz, die S-Bahn ist losgefahren und ich habe den rausgeholt aus dem Ritz, ja. Sonst wäre der Tod gewesen, ja. Und wenn der Christ erfährt, dass du behauptest, dass ich seine Ex-Freundin vergewaltigt habe, dann, ja, der Christ ist ja so in deinem Alter. Das ist nicht so ein alter Mann, ne. Und du weißt, dass wir durch, dass wir heute noch loyal sind, ja. Der Armut, der Christ und ich, wir sind bis heute noch loyal, ja. Wenn ich dem Christ einfach ein Wort sage, ja. Ich denke mal, ich weiß es nicht, ja. Also Tufik, hör mal auf mit diesem Bild, ja. Ich habe jahrelang gelitten, ja. Jahrelang gelitten, ja. Und hatte Qualen gehabt, was damals passiert ist. Ja, wir haben den damals mitgenommen, deinen Landsmann. Du machst nur Eigentore. Du machst dein dummes Maul auf und du machst nur Eigentore. Du sagst zu mir, Opa, du kommst doch auch mal irgendwann in mein Alter. Ja, du beleidigst dich schon in Voraus. Du beleidigst dich selber. Du beleidigst den Tufik in Zukunft, ja. Siehst du, wie dumm du bist? Und du sagst zu mir, ja, siehst du, das ist das Problem. Du denkst, ich bin dumm. Ja, du bist dumm, ja. Ja, und jetzt nicht, dass du denkst, ich will deinen Vater beleidigen. Hör genau zu. Oder mein Vater, ja. Nehmen wir meinen Vater auch mit rein. Damit du nicht denkst, oder hier behauptest, ich hätte deinen Vater beleidigt, ja. Wenn ich ein Opa bin, wenn ich ein Opa bin mit 42, was ist dein Vater und mein Vater dann? Siehst du, siehst du, wie blöd du bist? Du beleidigst deinen eigenen Vater und meinen Vater, ja. Du beleidigst deinen Vater und meinen Vater und alle Menschen, die noch älter als ich bin. Und alle Menschen, die in meinem Alter sind, bezeichnest du als Opa. Du bist so dumm, dass du das noch nicht mal merkst, wie blöd du bist, ja. Tufik. Ja. Mir kannst du recht sein. Mir kannst du recht sein. Mach nur weiter, weil dann sehen die Leute, die Leute sehen, dass ich vollkommen recht habe, was der Islam mit Menschen macht, ja. Was der radikale Islam mit Menschen macht. Weil du bist auf jeden Fall radikal. Sonst würdest du nicht so abgehen, ja. Weil wenn ihr die Kreuzzüge kritisiert, ja, das Christentum, die Katholiken kritisiert, dass die Katholiken alles Kinderficker werden und hin und her, ja, das macht ihr doch auch, ja. Wenn ihr das macht, dann bleiben wir ruhig, ja. Verstehst du? Und du beweist dir ganz genau, was der Islam, der radikale Islam mit euch macht. Weil wer so ein Moderator ist, ein Moslem, würdest du ganz anders mit mir reden. So, Tufik. Ähm, ja, wie gesagt. Ich habe das jahrelang und bis heute trage ich das mit mir, ja. Dass wir diesen Typ damals mitgenommen haben nach Mainz, ja. Das kann sein, dass ich mir damals, ich habe mir damals vorgeworfen, aber du lügst ja sowieso nur. Du hast gesehen, dass ich, du bist so ein geistig behinderter Mensch, Mann. Du hast gesehen, dass ich ein Video gemacht habe über einen Typ, ja. Und gesagt hat, dass er eine, und dann als Beispiel genommen hat, dass er da das Mädchen vergewaltigt hat. Du hörst noch nicht mal richtig zu, dass ich gesagt habe, das war ein Typ. Und jetzt tust du dir deine eigenen Gehirnspinste reinmachen und sagst, ich höre da was und die Leute haben was erzählt. Die Leute erzählen gar nichts. Die Leute wissen ganz genau, ja. Die Leute, die meisten wissen, denken ja, ich bin ja noch so drauf wie früher, ja. Die würden niemals sagen, der Angel hat ein Mädchen vergewaltigt, die wissen ganz genau, ich würde den Hals umdrehen. Damals, ja. Und egal wer, egal wer, glaub mir, ist mir egal wer, ja. Also kann das gar nicht sein, dass die Leute sowas erzählen, ja. Weil die genau wissen, was los wäre, ja. Erzähl keine Scheiße. Erzähl keine Scheiße, ja. Ja, und dann gab es noch einmal diese Frau, dann gab es einmal diese Frau in Zalzheim, die war mit, das war so eine Geisteskranke. Und da hat auch der Armut und der Christ, jeder, sogar die Zalzheimer haben mich gewarnt, mach nichts mit der, die ist geisteskrank, wir haben mich gewarnt. Und ich, Idiot, habe gedacht, die sind nur einversichtlich, ja. Und habe mich mit der eingelassen und die hat mit, die hat ungefähr 30 Anzeigen gemacht, dass 30 Männer, ungefähr, ja, dass 30 Männer sie vergewaltigt haben. Warum? Das ist so eine Geisteskranke, ja, und die hat, und davon sind mindestens 20, die du selber kennst, ja. Also ich habe die Akt ja gesehen mit meiner Anwältin, ja. Und dann haben wir gesehen, dass die, da habe ich die Namen gelesen, ja, ich will dir jetzt natürlich jetzt hier nicht die Namen sagen, die haben dasselbe durchgemacht. Die hat 30 Leuten vorgeworfen, so ungefähr 10 Deutsche waren das so in ihrem ganzen Leben. Die Frau ist ja jetzt schon fast 50, ja, die ist elf Jahre älter als ich. Ist schon, ja, ist, äh, 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 ja, 53 ist die schon, verstehst du? Ich war 27 und die war 39, als ich mit der zusammenkam. So, und die hat in den Akten, die hat eine Polizeiakte, das ist nicht mehr normal, ja. Die hat, die ist zu Leuten gegangen, die hat die Fenster eingeschmissen, die Türen kaputt geschlagen, das hat er auch bei mir gemacht, ja, wenn du, wo, wo, wo die Leute dann mit dir gesagt haben, ich will mit dir nichts zu tun haben, ja. Und dann ist sie rumgerannt, ja, und die hat 20 Anzeigen gemacht, gegen Leute, die du selber kennst, ja. Anzeigen gemacht, dass sie sie vergewaltigt haben, ja. Jeder, jeder, der mit Schluss mit ihr gemacht hat, hat sie, hat sie vergewaltigt, ja. Also das ist so eine ganze, die Karin M, ja, die Karin Punkt M, M Nachname, die kennst du bestimmt auch, ja. So eine richtige Geisteskranke, oberste Geisteskranke. So, das sind die einzigen zwei Sachen, die man, ja, wo ich sowas mal erlebt habe. So, ähm, du willst mich nur provozieren, ja. Du willst mich nur provozieren, ich, wie gesagt, Tufik, du kannst machen, was du willst, du kannst Rufmut machen, Lügen über mich, mich beleidigen, ja. Mach, was du willst, mach, was du willst, ja. Fast, du musst fast, komm her, komm her, komm her, ja. Wenn du willst, wenn du wirklich was machen willst, dann komm her. Komm doch alleine, komm doch her, ja. Komm alleine, haust du mir aufs Maul oder ich hau dir aufs Maul, ja. Und kein Problem, du und ich, ja. Guck mal, ich bin, was hast du gesagt, ich bin neun Jahre älter, als du, weil ich gar nicht wie alt du bist, ja. Du hast doch viel bessere Chancen als wie ich, ja. Hau mir aufs Maul oder ich hau dir aufs Maul und dann ist gut, ja. Dann kannst du mich weiter beleidigen oder was weiß ich, ja. Du musst mich schon anfassen, du musst mich schon anfassen, dass ich was mache, verstehst du? Also da musst du schon herkommen, ja. Und hör auf, irgendwelche Leute zu mich anrufen zu lassen oder sonst was. Ja, ich hab das alles aufgezeichnet, ich hab das alles gespeichert. Ja, Ruf, du hast mich jetzt Rufmord gemacht wegen Vergewaltigung, wegen, was weiß ich was allem, ja. Also das ist schon knastreif, mein Freund. Das ist schon knastreif, was du machst, ja. Und ich sag dir ehrlich, bei einem anderen, wenn du das bei einem anderen gemacht wirst, dann würde ich dir sofort sagen, bist du selbstmordgefährdet, Junge. Verstehst du? Also weil du wirklich, wirklich überdreifst. Wie gesagt, du kannst hier provozieren und machen, was du willst, ja. Wenn ich einen Vergewaltiger würde ich doch keine, wenn ich einen Vergewaltiger würde ich doch, oder, oder so ein, oder mal einen Raubüberfall gemacht hätte. Wenn ich nur einen Raubüberfall gemacht hätte, nur einen Raubüberfall jemals in meinem Leben oder eine Oma in der Handtasche geklaut, würde ich niemals YouTube-Videos machen. Weil ich genau wüsste, irgend so einen Spasti, ja, irgendein Spasti wie du, der würde versuchen, mich zu denunzieren, mich zu beleidigen, mich falsch darzustellen und sogar auch die Wahrheit sagen, ja, wenn ich mal so schlimme Sachen gemacht hätte. Ich würde sowas doch gar nicht, ich würde überhaupt kein YouTube-Video machen, du Vollidiot, ja. Und die Richterin hat zu mir selber gesagt, ja, die Richterin hat zu mir selber gesagt, ja, weil die Frau so, so viele Faxen gemacht hat, ob ich sie gegen anzeigen will, ja, ob ich eine Art Schmerzensgeld haben will für seelische Belastungen, ja, die Richterin selber, ja. Die hat mich, dann kamen wir dann von einem anderen Richter und der wollte, ob ich sie anzeige und hin. Und ich habe gesagt, nein, ja, weil sie geisteskrank ist, die Frau ist geisteskrank, ja. Also die macht das nicht unbedingt aus freiem Willen, die ist einfach krank. Und dann habe ich zum Richter gesagt, nein, ich möchte keine Anzeige machen, die Frau ist einfach nur krank, ja. Lassen Sie sie, da waren meine Ex-Freundin sogar noch dabei im Gericht und meine Mutter damals, ja. Die waren dabei, ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte keine Anzeige machen, tun Sie nur bitte dafür sorgen, dass diese Frau mir fern bleibt, ja. Das siehst du mal. Ich hätte sie vernichten können, ja. Die hätte in den Knast gehen müssen wegen Falschaussage und bla bla bla, die eigentlich, ja. Und was ist passiert, die ist dann sogar abgehauen, ist dann umgezogen und alles mögliche, ja. So, sogar ihre Tochter, ja, so ihre Tochter hat keinen Bock auf die gehabt. Ja, wollte sie nie besuchen kommen, die hat bei Oma und Opa gelebt, weil die so geisteskrank kaputt war im Kopf. Die Eltern von der, ja, haben sogar die Tochter hingebracht und abgeholt, ja, weil sie sogar Angst hatten, wer weiß, was passiert. Die hat ihre Tochter bei sich zu Hause gehabt und die ganzen Marrocks und Türken, ja, bei sich hochgelassen und mit einem nach den anderen gebumst, ja. Ja, während die Tochter da war, ja, so eine war das, ja. Also, Tovik, ja. Guck mal, die Videos lösche ich sowieso, ja, die werde ich sowieso löschen, ja. Ich gehe nur darauf ein, ich gehe nur darauf ein, dass die Leute sehen, was los war, ja. Ja, weil halt eben sowas wirklich gefährlich ist, ja, wenn du solche Sachen behauptest, dann muss ich ja, äh, 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 mich rechtfertigen, weil das ist, geht schon unter die Gürtellinie, was du machst, ja. Ja, und du siehst ja, ich bin ja kein, kein Feigling, also hätte ich was zu verbergen, würde ich ja deine, deine, diese Kommentare sofort löschen oder dich blocken, ja. Und wenn du, ich würde dich doch blocken, also mach ruhig weiter, weil, weißt du warum, ja, ich weiß, dass du mir nichts vorwerfen kannst und mir nichts tun kannst. Alles, was du tust, ist beweisen, dass ich recht habe, wie ihr seid. Warum block ich dich doch gar nicht, ich hätte dich schon links blocken können, doch ich freue mich für jeden Kommentar, bitte schreibe, ich bin ein Mörder, ein Vergewaltiger, ein Kinderschänder, ein Dieb, ein Räuber, schreib alles, was du willst, du tust mir nur einen Gefallen damit. Du tust mir nur einen Gefallen und du tust jeden einzelnen Deutschen und Österreicher und Schweizer und jeden, der diese Sprache hier versteht, tust du aufwecken, der meine Videos sieht und sehen, Dr. Wake Up hat vollkommen recht, ja. Nicht, dass alle Moslems so sind, aber dass jeder Radikaler ist, weil du bist ein Radikaler, weil du gehst ja radikal vor, du Mongoloid, ja. So, ich würde deine Eltern kontaktieren, ja, und mach nur weiter, mach nur weiter, wenn ich genug habe, geh ich zur Polizei, ja, mach eine Anzeige, ja, mach eine Anzeige, ja, mach eine Anzeige und dann gehst du in den Knast, ja, aber ich warte, bis die AfD gewinnt, weil wenn die AfD gewinnt, dann werden die Richter und die Bullen ganz anders, dann werden die ganz anders, dann freuen sich auf so Leute wie du, ja, also ich mach das nicht jetzt, ja, weil jetzt im Moment habt ihr ja so noch ein 1 zu 0, ja, wegen so viel Spastis, aber wenn die AfD gewinnt, ja, also mach ruhig weiter, mach so ruhig weiter, bis die AfD gewinnt, wenn die gewonnen hat, dann bist du dran, Digga, dann bist du dran, ja, ich sorge dafür, dass du abgeschoben wirst, weißt du das, ja. Du bist nicht der Erste, den ich abgeschoben habe, du bist nicht der Erste, den ich abgeschoben habe, verstehst du, Mann? Junge, du hast Kinder, du hast Kinder, du sagst, du bist ein Ehrenmann, du hast drei Kinder, ja, und verhältst dich wie ein Asozialer, wie ein Asozialer verhältst du dich, Mann, ja. Ja, ich hab ja gesehen, mit was du dich früher abgegeben hast, du hast dich früher mit den größten Spastis hast du dich abgegeben, ja, hab dich in den Arsch gefickt und was weiß ich was alles, ja. Das ist, was die Leute rum erzählen, die Leute erzählen rum, du hast deine eigene Frau eingesperrt zu Hause, ja, man hat dich, du hast, du hast Sex mit deinen, mit deinen, mit deinen, mit deinen Kollegen, hast Sex in den Papiermülltonnen gemacht, ja. Das ist, was die Leute rum erzählen und nicht, der Angel hat das und das und das gemacht, du Spasti, ja. Aber wie gesagt, mach ruhig weiter, du tust mir nur damit gefallen, ja. Ja, für mich ist alles gut, für mich ist alles gut, ja. Ihr greift das Christentum und das Judentum an, du erbärmliche Vollspasti, deine Religion, ja. Ja, greift die Juden, die Atheisten, die Buddhisten, jeden an und wir sollen die Fresse halten, du kleiner Behinderter, Spasti, Alter, du bist in meinem Land, hast du verstanden, du hast überhaupt nichts zu sagen, überhaupt nichts zu melden. Du bist in Europa, das ist mein Land, hast du verstanden, ja. Ich kann sagen, was und was ich will über den Islam. Ich kann sagen, was ich will, ich bin nicht in Saudi-Arabien, du Behinderter, Spasti, Mann, ja. Und es wird auch nie Saudi-Arabien werden, hast du verstanden, ja. Ja, sogar Saudi-Arabien passt sich jetzt an, sogar Saudi-Arabien passt sich jetzt an, lässt die Frauen Autos fahren und den und her, ja. Lässt jetzt, äh, hat jetzt erlaubt, Kirchen zu bauen, weil die genau wissen, denen geht das Öl jetzt aus. Denen wird das Öl ausgehen, dann haben sie keine Einkaufskünfte mehr. Ihr Land ist bankrott, ihr Land ist komplett bankrott, weißt du das überhaupt, dass es auch bankrott ist? Wenn sie sich jetzt nicht anpassen auf die Moderne, war es das, dann geht, tut ihr wieder Kamele vertreiben, ja. Ja, und dann kommt ihr wieder in die Zeit wie, wie, wie damals, ja. Und Jesus hat gesagt, wollt ihr denen vertrauen, die Häuser auf Sand bauen, hm? Jesus sagt das ja ganz klar, wollt ihr denen vertrauen, die Häuser auf Sand bauen, hm? Ja, Junge, wake up, du Mongo, du bist dumm, du bist nicht nur dumm, du bist saudumm, du bist das, du bist einer der dümmsten Wesen auf diesem Planeten, Alter. Du bist, gratuliere, eins in deinem Leben hast du erreicht, ja. Du bist einer der dümmsten Menschen auf diesem Kackplaneten, Alter, ja. Verstehst du? Und dann, was macht ihr dann? Habt ihr dann immer noch so ein großes Maul, wenn euch das Öl ausgegangen ist? Habt ihr dann immer noch so ein großes Maul? Wer finanziert dann eure Moscheen, hm? Wer finanziert die dann? Ihr, 50% arbeitslos, hm? In Ägypten hat man, in Ägypten hat man versucht mal, okay, komm, tun wir denen mal helfen, und hat man eine Nadelfirma, ja, hingebaut und gesagt, ja, die sollen Nadeln herstellen, Nadeln, ja. Und die haben jede einzelne kaputt gemacht, jede einzelne beim Fabrizieren der Nadeln sind, jede einzelne haben sie kaputt gemacht. Ah, das ist, was Islam macht, kein Fortschritt, keine Bildung, gar nichts. Du Mongoloid. So, und lauf nicht mit westlichen Kleidern rum, ja. Wieso läufst du mit westlichen Kleidern rum? Und Mohammed hat gesagt, zieht euch nicht an wie die, sonst seid ihr wie sie, und ihr zählt dann an Apostaten und dürft sogar getötet werden von einem echten Moslem. Du sparst die. Du sparst die. Verteidigt den Islam und hat überhaupt gar keine Ahnung vom Islam. Nur das Radikalismus kennt er vom Islam. Das ist der einzige, von ihm hast du das beigebracht eigentlich. Also Mohammed ist ja gestorben, nicht wahr? So, wer hat dir das beigebracht? Deine Eltern oder ein Imam in der Moschee? Wer hat dir beigebracht, so zu sein, wie du bist? Deine Eltern, das ist keine Pleidung, ich frage nur von ihnen, jemand muss das ja gelernt haben, so zu reagieren, oder? Wer, die Imam in der Moschee oder deine Eltern? Siehst du, merkst du was? Du dumme Kopfe, du. So, also mach euch weiter. Ja. Für jeden Rufmord. Jeder Rufmord, den du machst, ja. Gib deine Sammelklage. Verstehst du, gib deine Sammelklage und dann bist du weg vom Fenster. Ja. Wenn die AfD gewinnt, sowas will man dich gar nicht haben, bist du abgeschoben. Ja. Mit Glück. Also mit Glück für die Europäer. Weil sowas wie dich braucht kein Mensch. Sowas wie dich braucht überhaupt kein Mensch, Mann. Ja. So. Ihr, ja. Ihr tut unsere Religion angreifend und wir kritisieren nur, wir greifen euch nicht an. Ja. Ihr greift uns Menschen an. Ja. Droht, beleidigt und was weiß ich. Das machen wir nicht. Wir kritisieren nur eure Ideologie. Okay. Nimm Sinn wie ein Mann. Ja. Wenn du den Islam verteidigen kannst. Ja. Das ist es ja. Du bist so ein Behinderte. Du bist so behindert, du kannst den Islam gar nicht mehr verteidigen. Ja. Warum tust du mich nicht anrufen und versuchst mich davon zu überzeugen, dass der Islam nicht so ist, wie ich behaupte. Du Vollbehinderte. Du Dummkopf. Ja. Dummkopf. Wieso versuchst du nicht mit mir zu debattieren, ja, obwohl ich mit geistig, mit geistig Behinderten ja nicht debattiere, weil wenn ich mit dem, dann wäre ich ja auch geistig behindert, ja, aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Debattier doch mit mir, ja, und versuch den Islam zu verteidigen. Kannst du nicht, weil du weißt, dass ich recht habe mit allem, was ich sage. Und darum gehst du ja so ab. Dummongo. Also, so Junge, mach ruhig weiter und ich sage dir sogar Moslem selbst. Das, was du hier machst, ja, Moslem selbst, ja, auch wenn dir nicht gefällt, was ich hier sage, dem wird das auch nicht gefallen, was ich hier sage, aber wenn die erfahren, Moslem selbst, die ganz gut mit mir sind, ja, egal was ich tun werde und nicht tun, wenn die erfahren, dass du mich vergewaltiger nennst, Junge, ja, da gibt es Moslem, mit denen bin ich ganz, ganz dick, ganz, ganz dick, wie Bruder. Ja, wenn die erfahren, was du hier machst, ja, ich kritisiere nur eure Ideologie, die werden es auch scheiße finden, ja, und werden auch so auf mich sein, kein Problem, ja, und mich vielleicht als Freund verlassen, ist kein Problem. Aber, wenn die erfahren, dass du mich als Vergewaltiger darstellst, als was du alles gesagt hast, dann hast du ein dickes Problem. Du, du hast ein dickes Problem, Junge, du lebst, du hast, weißt du, du warst damals immer nur so ein kleiner Spastik, mit dir wollte niemand was zu tun haben, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Du lebst in deinem Aquarium, du Mongoloid, ja, mit deinen Korallen, ja, in einem Aquarium mit so ein paar anderen Mongos noch, mit denen du zu tun hast, ja, weil das müssen ja Mongos sein, sonst würden die dich ja aufwecken und sagen, hier Junge, ja, du übertreibst wirklich, ja, du hast keine, welche Gefahr du dich begibst, ja. Ja, die scheinen ja genauso dumm zu sein wie du, oder die, oder die, die wollen, oder die, die verheimlichen das und freuen sich, ja, kann ja auch sein, dass sie sagen, ja, Tuffik wird bald ganz schön, ja, äh, ne, gut, egal, verstehst du, entweder verheimliches dir, weil sie sich dann kaputt lachen werden, was dir passiert, ja, weil sie, oder weil sie wollen, dass du in den Knast gehst, ich drohe dir nicht, ich sage nicht, dass ich dir was tue, ich rede hier von Knast und von Polizei, ja, weil ich bin ja, Christ, verstehst du, wie gesagt, du musst mich schon anfassen, dass ich dir alle Knochen breche, hast du verstanden, weil du mir hier irgendetwas sagst, oder was weiß ich, ja, ich darf mich schon nicht provozieren und fahre nach Deutschland und breche dir alle Knochen, damit ich zehn Jahre in Gefängnis komme, das, ja, du Dummkopf, ja, so, aber wenn du so weitermachst, wirst du sehen, wirst du sehen, gibt Sammelklage und dann bist du weg vom Fenster, ja, so, dass du dich brauchst, kein Mensch, kein Mensch, ja, ich hätte deine Frau bedroht, ich hätte ein Mädchen vergewaltigt, sag mal, bist du geistig behindert? Ich hatte einmal in meinem Leben ein Mädchen, was viel jünger war als ich, ja, und ich habe ihr gesagt, nein, du bist viel zu jung, und die bitte, 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 dann sind, haben wir uns ab und zu mal getroffen, nie alleine, nie alleine, mit Freunden von mir und Freunden von ihr, ja, und dann sind drei Jahre vergangen, drei Jahre, und dann ist erst was passiert, nach drei Jahren, ja, du Wichser, ja, ich habe Menschen, ja, die sich an Kinder vergriffen haben, mit einem Messer gejagt, da war ich 16, du kleiner Bastard, und das weißt du ganz genau, so, dreckiger Hund, ja, der Abdul wurde vergewaltigt von seinem eigenen Onkel, Marokkaner, und der Vater hat, was hat der Vater zu ihm gesagt, ja, der Abdul wurde vergewaltigt von einem, ja, hat ihm 30 Cent gegeben, hat gesagt, kauf dir ein Stangeneis, da ist er zum Vater gegangen, Papa, mir hat einer 30 Cent gegeben, und dann, ja, da war er neun Jahre alt oder sowas, und dann sagt der Vater, wieso hat ihr dir 30 Cent gegeben, sagt, der hat mit mir das und das gemacht, hat ihn erklärt, ja, hat er vergewaltigt, weißt du, was der Vater gesagt hat, der Marokkaner Vater zu seinem Sohn Abdul, gib mir die 30 Cent, du kleiner Bastard, du kleiner Bastard, ja, was jetzt, ihr habt euch in den Altpapiermülltonnen, habt ihr euch gegenseitig in den Arsch gefickt, ja, ihr seht am Südbahnhof gegangen, ihr seid anschaffen gegangen, ja, ihr seid zu Imanen, meinst du, ich weiß ganz genau, was bei euch abgeht, was euch bei euch abgeht, ihr seid zu Imanen gegangen, ja, und habt von Imamen, habt Imamen die Eier gestreichelt und Geld bekommen, ich weiß das alles, Tufik, ich weiß das alles, ja, soll ich mal anfangen zu reden, du behinderter Spasti, soll ich mal anfangen zu reden, du behinderter Mongoloid, so, gut, ja, ihr, 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 ihr Gay-Parade, Alter, ihr Gay-Parade, weißt du, warum Gay-Parade erlaubt ist? Gay-Parade, ja, weil so viele Gays, ja, hierher kommen nach Europa, es Gay-Parade ist erlaubt, ja, ihr Frauenhassende Religion, hast du das kapiert, hast du das verstanden, ja, den Übergang, hast du den Übergang verstanden, nee, du bist ja blöd, ne, Frauenhassende Religion, weißt du, warum? Jemand, ein Mann, der Frauen hasst, weißt du, was der ist? Ein Homosexueller, hast du jetzt kapiert, ja, du Bastard, du, was für ein armer Hund, ich bin in meinem Land, hast du verstanden, du kleiner Wichser, ich bin in meinem Land und rede und sage, was ich will, hast du das begriffen, du dummer, behinderter Spasti, Alter, halt deine Fresse, das ist mein Land und ich sage, was ich will, ja, solange ich hier keine Moslems beleidige, ja, Ausländer beleidige oder jemanden anderen beleidige, ja, ich kann eine Ideologie kritisieren, wie ich will, das ist Meinungsfreiheit, du sparst die Behinderte, ja, ich tue keine Moslems beleidigen und niemanden ab und zu sage ich mal zu einem geistig behindert oder Dummkopf oder sonst was, ja, aber weil es auch wirklich ist, ja, aber ich mache keine rassistischen Sprüche oder drohe niemanden, ja, oder, oder, oder deren Familie oder sonst was, du dreckiger Bastard, du verfickter Eselmann, ja, du hast keine Ahnung, was du dich reinreitest, wenn die Leute das erfahren, was du machst, bist du am Arsch, Mann, und ich brauche nicht mal meinen Finger zu bewegen, du dummes Kind, ja, siehst du nicht, was in ganz Europa los ist, ja, die Franzosen, die Französin, ja, in Österreich, in der Schweiz, in Holland, in England, siehst du nicht, was los ist, ich bin nur nicht der einzigste, der aufgewacht ist, du behinderter Esel, ganz Europa ist aufgewacht, du dummer Spasti, außer du wachst nicht auf, ganz Europa wacht auf, außer du nicht, also es heißt ja, dass ich richtig bin, in meiner Meinung, du dummer Idiot, ja, ganz Europa wacht auf und du weißt jetzt, wie der Islam ist, ja, 1400 Jahre, alle anderen Gläubigen verfolgt, ermordet, versklavt, vergewaltigt, du Spasti, du bist Marokkaner, der Islam kam nach Marokko, du dummer Spasti, der Islam kam nach Marokko und haben alle Männer umgebracht, damals gab es, wo der Islam nach Marokko kam, gab es eine Frau, war eine Frau, die religiös ganz hoch war, man hat sie getötet, deine Landsfrau, die haben alle umgebracht, alle Männer umgebracht, ja, du Spasti, ja, und die Kinder, die Kinder, ja, die Kinder, die schon Schamhaare hatten, Jungs, hat man alle umgebracht, nur die Jungs hat man überleben haben lassen, die keine Schamhaare hatten, ja, das hat man mit deinen Landsleuten gemacht, du bist doch Marokkaner, oder? Siehst du mal, wie blöd du bist, du verteidigst eine Religion, ja, die deine Vorfahren versklavt, ermordet, vergewaltigt haben, Kinder umgebracht haben, Kinder verkauft haben, Kindersklaverei, wenn die Jungs schon Schamhaare hatten, hat man die in der Reihe gestellt, mal umgebracht, du Spasti, das hat man mit den Marokkanern gemacht, du Spasti, deine marokkanischen Vorfahren, die würden aus dem Grab rauskommen, wenn sie könnten dir den Hals umdrehen und sagen, du bist wirklich dumm, das wäre das Letzte, was du noch hören würdest, und würden dir den Hals umdrehen, du Idiot, du verteidigst, du verteidigst die, ja, unsere, ja, du verteidigst die, die uns alle umgebracht haben, siehst du mal, wie blöd du bist, so blöd bist du, weißt du, was die Marokkaner gelitten haben, als die Araber reinkamen nach Marokko, genau wie Spanien, Ägypten, ja, die ganzen Länder, Türkei, ja, ihr wurdet alle versklavt, umgebracht, nochmal versklavt, umgebracht, die Kinder umgeermordet, die Frauen, die Mädchenkinder wurden alle genommen, die Frauen, die gut aussahen, oder einigermaßen gut aussahen, einigermaßen jung waren, genommen, die Schönsten hat, ja, hat Mohamed behalten, und dann, wo später der Mohamed starb, und die anderen weitergemacht haben, haben die Schönsten die behalten, die Häuptlinge, ja, und die Hässlichsten wurden verkauft, ja, du solltest froh sein, ich kämpfe nicht nur für mich, ich kämpfe nicht nur für Europa, ich kämpfe sogar für deine Landsmänner, die gestorben sind durch den Islam, ja, sogar für die, die würden sagen, Dr., wake up, ja, danke, wenn sie aufstehen können vom Grab, die würden noch sagen, danke, ja, und dir den Hals umdrehen, was für ein dummer Esel du bist, du dummer, dummer, nee, Esel ist ja auf der anderen Seite, du dummes Schaf, du dummes Schaf, ja, sogar Zofelis erlaubt euch in der Religion, sogar Zofelis erlaubt in eurer Religion, ja, du Wichser, betreibt keine Zofeli, wenn Ramadan ist, weißt du, was das heißt, ja, wenn Ramadan vorbei ist, und bevor Ramadan kommt, ist Zofeli erlaubt, du Spasti-Behinderte, so, und Entschuldige an alle anderen, ja, ich habe gesagt, wenn der weitermacht, mache ich auch weiter, ja, kein Problem, die Videos werden sowieso, wenn er irgendwann mal aufgehört hat, werde ich es sowieso löschen, dann geht es hier bei uns ganz normal weiter, ja, aber diesen Spasti muss man halt eben, du hilfst mir sogar, du hilfst mir sogar, weißt du warum, weil wenn es ein anderer Moslem sieht, wird er sehen, dass, dass, wird er sehen, ja, wie der radikale Islam wirklich ist, ich, ja, ich sage, ich sage nicht, dass du ein Islamist bist, ich sage ein radikaler, radikal in deiner Vorgehensweise, du bist kein Islamist, ja, Islamisten sind echte Moslems, die zu ISIS gehen und kämpfen, du Feigling, ja, und rumlaufen mit Leichentüchern, ja, das ist keine Beleidigung, das sind wirklich Leichentücher, falls du es nicht wusstest, natürlich weißt du, dass du verheimnisst, ihr verheimnisst nur, ja, ihr lauft rum mit Leichentüchern, ja, was läufst du denn rum mit westlichen Klamotten, du darfst gar nicht, also ab jetzt laufst du nur noch mit Leichentuch rum, ja, unten drunter nur mit Unterhose, ja, und Leichentuch, ja, wenn du richtiger Moslem bist, verteidigst du den Islam, ja, und weißt noch nicht mal, dass er westliche Klamotten gar nicht anziehen darf, westliches Essen nicht, äh, 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 komm, so, also mach ruhig weiter, Digga, ja, mach ruhig weiter, du hast mir nur eine große Gefahr hin, ja, du hast mir nur einen großen Gefahr hin, ja, was für eine erbärmliche, was für eine erbärmliche Kreatur du bist, solche Sachen zu behaupten, nein, ich reg mich nicht auf, ich reg mich nicht auf, weil das ist ja nicht wahr, ja, ich reg mich nicht auf, sondern, ich reg mich über deinen Geist auf, weil ich weiß, ja, wer in dir drin ist, ich weiß, wer in dir drin ist, ja, wer in deiner Vase ist, ja, du Dämon, ja, du elender Dämon, du bist ein Dämon bist du, du bist von einem Dämon besessen, du bist besessen bist du, Mann, ja, du weißt schon gar nicht mehr, wer du bist, Tufik, du schläfst, Tufik, du, in Wirklichkeit schläfst du, du schläfst, und der Dämon spricht aus dir, ja, du bist satanisch, du bist absolut satanisch, ja, und der Tufik in Wirklichkeit, der schläft, der schläft, der schläft, ja, der arme Tufik ist eingenommen vom Satan, du erbärmliche Satanskreatur, denkst du, ich lass mich von mit dir, denkst du, Satangeburt, du scheiß dreckiger Dämon, ja, meinst du, ich lass so mit mir reden, ja, ich bin nicht das Licht, doch ich folge dem Licht, du erbärmlicher Höllenhund, hm, du erbärmlicher Höllenhund, komm in mein Licht, komm doch in mein Licht, du traust dich nur aus dem Schatten heraus zu bellen, du Höllenhund, hm, doch in mein Licht wirst du dich nicht trauen zu kommen, denn in mein Licht vergehst du, ja, du erbärmlicher Höllenhund, bleib in deinem Schatten und bell, hm, doch ins Licht kommst du nicht, hm, so, im Licht wirst du dich verbrennen, nicht wahr, du Schattentier, du, so, ja, ich weiß, hört sich geisteskrank an, nee, ist nicht geisteskrank, du glaubst doch an Allah, oder, du glaubst doch an einen Gott, oder, bei euch gibt es ja Dämonen und sowas, ja, ja, bei uns auch, und du bist einer, ja, du bist Beweis dafür, ja, so, deine arme Frau, Alter, deine arme Frau, die tut mir so leid, wieso macht die eigentlich immer Bilder ohne ihr Gesicht, die macht Bilder im Facebook ohne ihr Gesicht, die zeigt nur ihr, ihr, ihr Buddy, warum, hm, warum, es ist nur eine Frage, es ist nur eine Frage, weil, es ist nur eine Frage, weil, sie darf das eigentlich gar nicht, sie darf das gar nicht laut Islam, also, tu mal bitte deine Frau, du willst ja richtiger Moslem sein, ja, sag mal bitte deine Frau, dass sie alle Bilder rausnehmen soll aus Facebook, weil als Muslimin darf die das nicht, ist verboten, sie darf Facebook nicht mal benutzen, sie darf Facebook nicht mal benutzen, und das ist eine Erfindung, ja, der westlichen Welt, ist total modern, total Sünde, sie darf das nicht benutzen, als Frau, sie, auch du als Mann nicht, sie, sie muss, sag ihr bitte, dass sie sofort alle Bilder rausnimmt, ja, und das Bild, wie du da am Strand mit da bist, sie hat überhaupt kein Schleier an, die muss ein Schleier an, Kopftuch anhaben, warum hat sie gesagt, also bitte auch löschen, nimm das bitte alles raus, ja, ich will dir nur helfen, ich will dir nur helfen, war ja keine Beleidigung, oder, ich bin ja nicht so ein kleiner, Bastard wie du, ja, der Familienmitglieder noch mit reinzieht, ich will dir nur helfen, dass nicht, wenn du immer mal abgeschoben wirst, zum Beispiel, dann gehst du nach Marokko, da kommt ein Radikaler, ja, und sagt dir, wieso hat denn deine Frau Facebook, und dies und das, und sagst hin und hin, und dann passiert dir zum Beispiel, was deutschen Frauen hier passiert, weil sie ohne Kopftuch rumläuft, verstehst du, ich will dir nur helfen, Bruder, verstehst du, ja, weil es kann passieren, dass hier so ein Radikaler, selbst in Deutschland rumläuft, und sieht dann ohne Kopftuch, oder sowas, obwohl die ist bestimmt auch immer noch zu Hause nur eingesperrt, oder, wie damals, ich will nur helfen, dass ihr nichts passiert, verstehst du, keine Beleidigung, sag ich ab jetzt, nur noch mit Kopftuch rumlaufen, Vollschleier, alle Bilder von Facebook rausnehmen, ja, Facebook löschen, Account löschen, ja, wenn sie ein echter Muslim ist, nur wenn sie ein echter Muslim ist, wenn sie, äh, den Islam nicht respektiert, wenn sie Mohammed nicht respektiert, dann bleibt sie natürlich bei Facebook, wenn sie Mohammed nicht liebt, bleibt sie bei Facebook, wenn sie Facebook mehr liebt als Mohammed, bleibt sie bei Facebook, aber wenn sie Mohammed wirklich liebt, ja, dann muss sie alles löschen, wenn sie Mohammed wirklich liebt, muss sie Facebook Account sofort löschen, Bitteschön, bin ich ein guter Imam für dich. Halt deine Schnauze, du dummer Esel, alter. Islam verteidigen, gar keinen Plan vom Islam. Lass deine Frau Bilder machen von Körper und Hühner, aber ohne Kopf. Die darf überhaupt gar keine Bilder von sich zeigen. Du Spasti, Mann. Du Pseudomuslem, Mann.